Ich bin die Angelika Pieger, bin Konditormeisterin, bin seit über 20 Jahren selbstständig. Wir sind hier in Schleifhausen im elterlichen Anwesen. Wir stellen Pralinen her in Spitzenqualität. Mir ist es dabei sehr wichtig, beste Rohstoffe zu verwenden, auch keinsterlei Frischhaltemittel. Das zeichnet unsere Pralinen einfach auch aus und dafür schmecken sie auch umso besser. Es war für mich sehr wichtig, bei der Konsumenta mit teilzunehmen, dass man auch von einem kleinen Ort mal nach außen tritt und sieht, was man in so einem kleinen Betrieb alles zaubern kann. Es war sehr großes Interesse bei uns auf dem Stand und wir haben da eben viel Werbung auch für einen Online-Shop gemacht und es sind auch schon viele Bestellungen über einen Online-Shop, wo wir genau wussten, das war Konsumenta. Und es sind auch auf Folgemärkten, sind da viele dann wieder zu uns gekommen, die das ja auf der Konsumenta probiert hatten, sich dann gleich die größere Packung dann gekauft haben. Hier auf der Konsumenta haben wir unseren festen Platz.